Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vlog von mir. Heute geht es Richtung Minden zum Barbecue Saloon, denn da gibt es zwei Grills einzuweilen und zwar unter anderem einmal von Fire Magic, den Echelon. Es ist wirklich ein Monster, werdet ihr gleich sehen. Und den neuen Träger Pelip Grill und zwar den Timberline 1300 und auf diese Reise möchte ich auch gerne mitnehmen. Knapp eine Stunde Autofahrt sind wir jetzt auch schon am Barbecue Salon angekommen und ich gehe jetzt erstmal rein. Gucken, ob alle da sind. Hier draußen wird schon fleißig aufgebaut und dann gucken wir mal, was der Tag dazu bringt. Wer steht da? Detlef, stell dich kurz vor. Ja, ich bin Detlef, ich bin Geschäftsführer vom Barbecue Saloon in Minden. Grillfachgeschäft, sieht man vielleicht im Hintergrund. Ja, wir haben den Tobias heute mal eingeladen, weil wir haben eine kleine Schweinerei vor. Wir wollen heute euch mal den Fire Magic Echelon und den Träger Timberline 1300. Genau, den 1300 habe ich beide schon gesehen. Ja. Freue ich mich tierisch drauf. Geile Büchsen. Richtig. Freue ich mich wie gesagt drauf und wir gucken jetzt erstmal, was die Geräte können. Erzähl mal ein bisschen was vom Barbecue Saloon. Was erwartet deinen Gästen hier? Ja, unsere Kunden erwartet hier schlicht und einfach ein Einkaufserlebnis. Also im Bereich Barbecue haben wir im Grunde alles zu bieten. Von einer kleinen Kugel bis zur hochwertigen Outdoor Kitchen ist ja alles da. Und das, was uns ausmacht, ist halt die individuelle Beratung. Kunden, die noch nicht genau wissen, was sie kaufen wollen, die werden hier wirklich individuell beraten. Wir fragen, wo liegen die Schwerpunkte, wo sind eure Interessen. Ich denke, das macht uns auch aus. Was mir auch aufgefallen ist, wie ich hier reingekommen bin, die familiäre Atmosphäre, das macht auch sehr, sehr viel aus. Ja. Von der Größe her? Ja, der Shop hat ca. 250-300 Quadratmeter Fläche. Wir haben natürlich im Schwerpunkt Grillgeräte, aber auch Outdoor-Cooking, Gewürze, Soßen, Zubehör. Da kommt nichts zu kurz, wir haben Smoker da. Also die komplette Bandbreite. Die komplette Bandbreite. Ja. Seminare habe ich gesehen, bietet ihr auch an? Ja, volle Kelle. Grillseminare, immer richtig lustig. Wir haben ja richtig Spaß. Okay. Kann man alles bei euch auf der Seite sehen? Ja, auf der Webseite. Wir haben sehr, sehr gute Basisseminare, Greenhorn, Cowboy-Seminar für Einsteiger. Dann haben wir Themenseminare, Steak & Beef, Mediterranean Low Carb, Burger-Seminare. Insgesamt glaube ich jetzt neun Bausteine. Ist für jeden was dabei. Also ihr bietet das rundum Paket. Komplett. Ja, super. Ja, das war der Laden BBQ Salon. Ich verlinke euch das unten alles unten in der Infobox, da könnt ihr dann euch einmal durchlesen, nach den Seminaren, wo der Laden sich genau befindet und ja. Danke nochmal für die Einladung, ich komme jederzeit gerne wieder. Ja, super. Würde mich freuen. Ja. Vielen Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat oder der Vlog gefallen hat, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von dem Video. Genau. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte oder der Seite vom BBQ Salon. Gerne. Schaut bei tobiasgrills.de nach. Genau. Bis dahin.